Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Tales from the Borderlands. In der letzten Episode haben wir den besten von uns verloren, Scooter. Wir befinden uns aber jetzt nur noch Helios. Habe ich nicht ganz mitbekommen, was los war. Ja, und einem richtig abgefuckt. Geilen Roboter. Und was war das, was du gesagt hast? Catch, äh, whatever the hell it says, it was a doll's satellite. Now I suggest you start telling the truth, before I blow your head off. So, what were you doing down there? Not too often the top brass venture of that dirt pile. You want to know what I was doing on Pandora? Your mom. My mom is dead. Yeah, but I got, you know, very important places to be. Shit. So I'll just be... What do I want? Nah. Nah. What do you mean, nah? Here's how it is. You come up here full of piss and bullets, and the first thing you do is dishonor the memory of my mom. Okay, so now, you're not going anywhere. I'll take it from here. Okay, sollte sie uns vielleicht doch noch helfen? So good to see you. We need to catch up. Bring it in for testing. What the hell happened, Therese? This is unbelievable. It wasn't supposed to go down like this. Could we talk somewhere that's less exposed? We're fine right here. I'd like to share the whole of this. The situation is that you brought Rhys back in pieces. Our deal was clear. You were supposed to retrieve his head, so management could download whatever the hell was inside of there that was so damn valuable. Now we'll never collect the reward. Because you lost a critical Hyperion asset. This is on you. I'll never tell you, since I'm crazy. You got us into this mess. I knew that she had us from vorne to hinten verarscht from the beginning. You had one job. And, well, you blew it. I'm taking you straight to management. Let's see how you like answering to them. I've had it with you. Let's see how big of a smartass you are under questioning. How many baggies would you like? Excuse me? Well, it's just that my colleagues tend to die badly. Anderson, Rhys, I can go on. And if things were to go south, I'd like to know your preference. One big bag or a bunch of little ones. Maybe with the cute zip ties? They make them in a million colors. Oh, yeah. Mac did us a bit. Never start, what you can't finish. Is sie here, unser schlimmster Feind? Und es war gar nicht... Es war gar nicht... Was, Kiss? Also, klar, aber er ist auch, aber... Naja, schauen wir erstmal, was jetzt hier Sache ist. women's in the caravan. Tell us when it's safe to move. So, we gotta hurry. I'm taking over the cameras now. Child's play. Äh, was muss ich tun? Benutzung, die Firewalls zu zerstören. Ah! Hallo! Wieso kann ich denn nicht schießen? Ach so, RT. Oh, ich bin doch auch dumm. Okay. Er ist ein bisschen schneller als ich. Okay. Das ging gut. Aha! Sicherheitskameras wurden breached. Jetzt! Geh weg und schau weg, mein Sohn! Hier ist nichts, oder? Da ist was. Da kommt ein Raumschiff reingefloh. Oh, wer ist das? Hallo! Da ist sie, oder? Ja, da sind sie. Ich hab Fiona zuerst gar nicht erkannt. Fionna. Ich bin in. Nice work. Ja, wenn ich so selbst sage. Tell uns, woher geht's. Uh, die Tür ist vorne. Komm schon, hierher. Komm schon, hierher. Tschüss. Ach, das wird schon. Wir müssen nur die Gruppe klein halten. Was ist da los in der Firma? Ah, wer bist du? Kann ich dich bestehlen, oder was? Warte mal, ich kann ihn bestehlen. Verdammt, ich hätte ihn bestehlen können. Hab ich ihn noch bestohlen, jetzt? Ah, Hallöchen. Ich hoffe, das kriegt niemand mit. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier Leute zu beklauen. Reden wir mal mit ihm. Was hast du an? Ja, das scheint wirklich ein wichtiges Gespräch zu sein. Lassen wir ihn. Was hat Handsome Jack gemacht für Hyperion? Ich glaube, da gibt's ein DLC zu, oder? Zu Handsome Jack. Die muss ich unbedingt spielen. Was machst du hier? Motivationer. Sieht nicht gut. Sieht nicht gut. Sieht deinen Job. Oder du hörst, was sie hat zu sagen. Ja, ja. Wer denn? Die vielleicht? Ja. Ja. Da ist die Tour Guide. Standard. Distract and grab. Ja. Wenn ich in die Position hinter der Tour Guide, das ist deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe, die zu sprechen. Die erste Eröffnung, ich finde, ich lifte die Badge. Oh, oh, oh! Was für mich? Du hast den wichtigsten Job aller Gordas. Als ich die Badge habe, du hast die Tour Guide aus dem Weg. Roger, General Captain, Lieutenant, Ma'am. Private Gordas ist auf dem Job. Der ist so cool, der Roboter. Da oben steht ja noch eine. Die sehen so ein bisschen aus wie von Star Trek. Captain Uhura. War die Captain? Keine Ahnung. Kannst du glauben, dass sie das Ding in der Cafeteria genannt haben? Das ist, warum ich einen Kaffee stehe. Es ist ein Whisky auf meinem Brot. Eine Frau nach meinem eigenen Herz. Oh, ich habe gedacht. Wenn Hyperion reale Essen verhörte, reale Essen verhörte. Komm schon, bewegt deine Hand weg. Ha! Oh nein! Schere! Oh nein, Gordas! Yeah! Was für ein Move! Komm schon! Jawoll! Guck mal, die sind eigentlich, hier sind einige unterwegs, die ein bisschen vom anderen Ufer sind. Mann, Hallo, Rheese. Du hast die bewegung des Besuches mit Helios. Du hast die berufen. Bömer getan. Deineuker Strafiköne schiebt wieder. Ich gehe nach Jacks' Office mit Gordas. Hallo, Rheese! Oh, das ist alles. Was passiert? Die wissen, dass sie verhäten. Ich habe das, aber Sie müssen in Sorge und stecken eine hohe Profile. Oh, shit. Jetzt wird's spannend, Leute. Ja, ich würde schon mal melden, dass der Fahrstuhl kommt. Was ist hier los? Alle haben Handsome Jack-Masken an. Das ist sehr spooky. Sie sind nicht bewegend. Wer ist das? Äh, sie sieht gar nicht aus Hyperion. Hm, schön, aber. Äh, schöne Maske. Oh, du denkst, wir würden für Prometean-Klacken zetteln? Das ist die Handsome Jack-VIP-Erfahrung, Baby. Genau. Also, wer wird uns die Tour geben oder nicht? Oh Gott, wer wissen überhaupt nichts über Handsome Jack? Reese hätte das besser machen müssen. Der hat Jack dabei. Ja, wir beginnen die Tour. Okay, VIPs. Well, get ready for a once-in-a-lifetime-Experience. For all of us. Kann Gorgeous uns nicht dabei helfen? Oder Reese könnte uns doch über Funk die richtigen Antworten mitgeben und sagen, was es hier zu entdecken gibt. Das ist das Handsome Jack. Sieht da nicht so aus wie... Äh, eine Szene. Herr Hyperion? Sieht die... Ähm... Also, das ist das, warum diese Firma heißt Hyperion, ich verstehe jetzt. Das macht so viel mehr Sinn. Ich wusste nie das. Äh, ein Monster Vault. Und dann, siehre die Augen, um es zu benutzen, als eine superwärmung. Woah, du bist total auf meine Gedanken. Äh, absolut. Äh, das ist schon ein Schicht, nicht wahr? Das, meine Freunde, ist... Kein riesiger Weg. Ein episches Mount, den Jack rief in jede einzelne Battle. Und, äh... Ich wundere mich, ob Jack rief sogar in die Space-Battles. Hm, das klingt gefährlich. Das ist scheiß Waffen. Das ist geil. Das ist scheiß Waffen, natürlich. Das ist scheiß Waffen. Das ist scheiß Waffen. Oh, so das ist Butt-Stallion. Hahaha. Wow. Wenn ihr mich folgt, dann sind wir auf unser dritter und finales Exhibit. Oh, ich kann nicht wundern. Hahaha, was für beinerte Typen. Sieht aus wie ein Stuhl, oder? Sieht aus wie ein Stuhl, oder? Aber ich glaube, ich habe einen in meinem Haus. Das ist nur ein Stuhl. Aber was es bedeutet, ist eine Idee. Jack hat angefangen als ein Lohli-Programmer, sitzen in einem Stuhl, einfach so wie das. Und jetzt hat er eine VIP-Tour, dedicatet zu seiner Großartigkeit. Schriftlich. Es ist wichtig, dass du, wo seine Stuhl Mithilken kommen kann. Fröhlich mit der Überfläche, Baby! Sorry, über das. Und dann habe ich meine Stuhl für eine der Blüten. Bege całyf! Verrweig ein Moment Das war keine Zügel! Also warum erzählst du uns das ist? Uh, ich glaube, die Leute wie das, die die Erachtung. Das war einfach ein Test, Leute. Oh nein, die Tür geht weiter. Metalldetektor. Haben wir irgendwas dabei aus Metall? Oh shit. Äh. Ich muss hier durch? Oh Gott. Okay. Äh, ich dachte schon, wir wären nicht aufgefallen, aber dann doch. Meine Uhr. Meine Uhr. Hat sie eine Uhr? Oh shit, scheiße. Ich weiß gar nicht, was drin ist. Okay. Es ist Gott sei Dank keine Waffe oder irgendwas. Es war das Geschenk für Sascha, oder? Von Felix. Äh. Kannst du das Beacon machen? Es muss irgendwo sein. Es muss irgendwo sein. Hm. Ich kann es nicht von hier sehen. Vielleicht kann ich nur... Ich kann es nicht von hier sein. Äh. Hier ist es. Dein Hero's Office. Äh. 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 Ne, das kann ich nicht machen. Ich kann die nicht da reingehen lassen. ok es ist einer tot aber ein bisschen schwund ist immer naja wenigstens hinterlässt es ja nicht viel dreck das ist schon mal ein echter vorteil stammt wo gott ist das ganz schön stark dein kleine ärmchen ja i can't get into jack's office some moron on the tour tried to go through before the door was die wett die schlampe newsflash asshole this is my office now first you give me your body that isn't reese then you go hacking my computer what are you doing you're trying to pull something i know it what am i doing what are you doing everything in this office is mine now which technically means you're breaching security we had a deal asshole i tracked reese and bond all across pandora for you i refused them supplies when they needed them and all you had to do was bring me whatever the hell was living inside reese's head i knew i shouldn't have trusted you of course you betray me you're only out for yourself you traitor oh grow up it's just an office but you still haven't answered me why bring the body that wasn't reese i can't believe oh gott ich brauche eine richtig gute antworten jetzt well you seriously underestimated me valerie is the one who climbed that body off on me she must have switched corpses i wouldn't worry though reese's probably still dead i want his head here i don't care if he's dead somewhere else now you really don't i have no idea what's going on here but i don't like it i'm calling security thank you for calling security you are i don't know what i'm gonna get her off the phone if i was here unless you want to be a bullet sponge i need your yeah cool time to decide what's mine here the pen of the punch all security officers are busy please use the bolt hmmm was mach ich betäuben oh ho 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 this is gonna be fun hmmm wenn dann muss er es auch durchziehen ja und sie hat uns doch bedroht von anfang an auch als waskes übrigens oh gott ich hoffe sie hat nicht irgendwelche krassen kampfskills oder so drauf und am besten direkt in den weltraum mit ihr nicht mehr betäuben einfach direkt in den schacht stecken und raus mit ihr so eine schlampe die wollte uns umbringen also uns reese oh nein jetzt lass sie doch nicht so da liegen die steht doch direkt wieder auf oh gott das war nicht gut jetzt glaube ich sie zu betäuben wenn dann muss man es richtig machen aber nicht so wenn dann muss man es richtig machen aber nicht so wenn dann muss man es richtig machen aber nicht so ja wir haben aber trotzdem noch ein problem oh shit unsere verkleidung geht kaputt ja 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 jetzt eigentlich ich das oder mu ... oder ich w Okay, also um Leute rauszuwerfen, ins Weltraum wahrscheinlich. Oh man, ob das alles gut geht, die Lage wird immer schlimmer. Von Situation, Situation. Ja, das klingt lustig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm. Was ist da los? Steckt da irgendwas in dem Pferd drin? Ist doch auch irgendwas faul mit Vaughn. Ja. Okay, sie zieht nur den Finger. Wusste ich. Wie geil ist das denn? Oh man, in der Firma muss ich arbeiten. Beste Firma ever. Was haben alle gegen Hyperion? Das muss der geilste Job sein, überhaupt. Oh man, es wird ein Gemetzel. Ja. Ja. Wie geil ist das bitte? Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Ja. 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 Wie geil ist das? Ja. 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 Was hat der da gerade gemacht? Das habe ich nicht ganz verstanden. Hosenträger durchgeschnitten oder was? Ja. Komm schon. Du bist nicht alltäger zu Lead mit. Der eine sitzt da noch und trinkt Kaffee, wie geil ist das denn? Knallharter Buche, Alter. Definitiv Jungfrau. Oh nein. Ladehemmung. Er hat es zu spät vergriffen. Treffer. Oh nein, die Buche, Alter. Abteilung B. Ja, Matrix-Style. Der eine. Der eine telefoniert immer noch. Die Sau. Das war ja wohl der geilste Kampf ever. Der eine ist auch noch immer dran putzen. Stark. Herrlich, das war ja wohl die geilste Quicktime-Event, was ich jemals gesehen habe in einem Spiel. Wie geil. Ja, auf jeden Fall ein würdiges Finale. Ja, eigentlich kann es jetzt nur noch schlechter werden, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das Spiel noch besser werden kann. Aber trotzdem würde es mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hier bei Tales from the Borderlands. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. He-Headshot. So, ciao. Motivation. Bis zum nächsten Mal.